Der Slogan unseres Prototyps, unseres funky Prototyps, lautet Juice up with ENIP, Fruits in Motion, Ecology and Nature, Immersive Pineapple Simulator. Also wir haben uns die Tine als Person ausgedacht, die Innenarchitektin ist, Dekorationen, Gestaltungsideen sucht und für ein breites Anwendungsgebiet, Hotel-TVs und Museen 3D-Simulationen von Ananasfrüchten darstellen lassen möchte, die man interaktiv bedienen kann. Wir haben uns eine holographische Repräsentation einer Ananasfrucht ausgedacht, die man interaktiv ansteuern kann. Man kann simulieren, welche Klimaeinwirkungen auf diese Ananaspflanze und letztendlich Frucht sich auswirken und damit simulieren, wie das Klima die Pflanze beeinträchtigt, wachsen lässt. Genau, das Ganze als 3D-Hologramm und interaktiv ansteuerbar. Die Kernfunktionalitäten sind eine holographische Darstellung. Einerseits, andererseits ein Klimasimulator, den der Benutzer, die Benutzerin fein einstellen kann und darüber hinaus ein Großsimulator, ein Riechsimulator, der auch die Gerüche der einzelnen Pflanzenstadien darstellt. So wie ein 3D-Modell, was man sich ausdrucken kann von jedem Zustand, den man da eingibt. Es gab viele spannende und lustige Momente. Die Namensgebung hat uns sehr viel Spaß gemacht und zu überlegen, wie wir aus 2D-Daten ein witziges und anschauliches und innovatives 3D-Hologramm-System bauen können. Das Ganze als 3D-Hologramm-System bauen können.